Schatz, sicher, dass du in der Türkei Auto fahren willst? Hä, wieso? Ich kann doch Auto fahren. So schwer kann das doch nicht sein in der Türkei. Ist doch wie in Deutschland oder nicht? Nee. Doch, ich schaff das, Schatz. Scheib nicht. Schatz! Der überholt mich einfach ohne zu blinken. Sag mal, geht's noch? Schatz! Der bleibt gar nicht auf der Spur, weiß ich. Sag mal. Was? Der ist auf seiner Spur. Nee, Schatz, weißt du was, ne? Gleich. Warum macht der Blink... Schatz, warum überholen die alle? Hä? Ich fahr ganz normal, 50, wie es hier steht. Mann, du schwitzt. Nee, der fährt über rot. Oh. Der auch. Sag mal, haben Sie eine rot-grün-Schwäche? Ist doch ein Fahnen über rot. Es ist rot. Nee, Schatz, hier fahr ich nicht. Hä, warum? Ich kann das nicht, mach ich nicht. Nein, ich fahr hier nicht. Das geht nicht. Hä, das ist so wie in Deutschland, hast du gesagt. Das ist nicht wie in Deutschland. Du fährst jetzt. Oh, hier. Hä? 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 Hm? Hä?